Und ihr seid also die Jungs von 666. Metal und Wein. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Das passt überhaupt nicht zusammen. Black Hills, Stoner Rock und das dann noch im eigenen Online-Shop. Und am besten noch Festivals beliefern und Konzerte. Ihr beiden bleibt hier. Ich habe noch ganz andere Methoden, um euch weich zu kochen. 666-MENTAL-LINES! Promenz! Promenz! Soll das auch gut sein, das auch. Aber nächste Woche, gell? Busfahrt? Na, Hefford. Zum Kommens. Ich glaub, die Busfahrt kann nicht lange nicht sein, die Busfahrt. Überstellung, bitte. 6. 6. 6. Okay. 6. 6. Wonnas. 11. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 21. 21. 666 Metal Lines Zeit für was Neues Zeit für was Pures Zeit für Metal und Wein